Hallo alle zusammen. In diesem Video erkläre ich, wie man Google Play Store unter Windows 11 installiert. Vor ein paar Monaten war es noch unmöglich, Google Play Store unter Windows 11 zu starten. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Android-Apps aus dem Google Play Store vollständig unter Windows 11 auszuführen. Der Installationsprozess ist nicht sehr kompliziert, aber das Ergebnis ist es wert. Fangen wir an. Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir für Softwarefehler nicht verantwortlich sind. Ich persönlich habe jedoch keine Bugs oder Systemfehler entdeckt. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, vor der Installation des Systems, über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und pfeilen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Bevor Sie boten und installieren, sollten Sie zunächst überprüfen, ob auf dem Computer zusätzliche Funktionen wie Hyper-W und Virtual-Maschine-Plattform aktiviert sind. Gehen Sie dazu auf Start, geben Sie in das Suchfile System Steuerung ein, gehen Sie zum Programmen und Funktionen, gehen Sie dann auf die Registerkarte der Windows-Komponenten ein- oder ausschalten, aktivieren Sie im Fenster Windows-Komponenten die Kontrollkettchen für Hyper-W und für Sie Plattform für virtuelle Maschine. Drücken Sie OK. Das System fordert Sie auf, in den PK neu zu starten. Neun Start. Deinstallieren Sie denn das Windows-für-Android-Paket, falls es zuvor installiert war. Dies wird getan, um ein neues Teilsystem zu installieren. Zum Deinstallieren öffnen Sie das Startmenü, suchen Sie nach Windows-Subsystem von Android. Klicken Sie mit den Rechner-Maus-Taste und installieren Sie es. Als nächstes müssen Sie die Entwicklern-Einstellungen in Windows aktivieren. Öffnen Sie Start, gehen Sie zu Einstellungen. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Datenschutz-Unsicherheit. Gehen Sie dann zum Abschnitt für Entwickler und schalten Sie den Entwickler-Modus ein. Klicken Sie in dem Fenster, das sich öffnet, auf Ja. Danach müssen Sie das WS-Paket herunterladen, das eine medizierte Version von Windows-Subsystem für Android ist. Folgen Sie dem Link in der Beschreibung und laden Sie es herunter. Ich werde alle Links und Befehle in der Beschreibung unter dem Video hinterlassen. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei aus einem beliebigen Ort. Sie müssen später den Pfad zur Datei in diesem Ordnung angeben. Führen Sie PowerShell als Administrator aus. Klicken Sie mit der Rechner-Maus-Taste auf das Startmenü und öffnen Sie Windows-Terminal als Administrator. Geben Sie in der Befehlzeile Add-Ex-Package-Register ein und geben Sie den Pfad zum Sprecherort der Datei X-Manifest-XML an. Um schnell den Pfad zum Sprecherort der Datei zu erhalten, navigieren Sie zu dem Ordner, der die Datei enthält, und klicken Sie mit der Rechner-Maus-Taste auf X-Manifest-XML. Wählen Sie als Pfad kopieren, um den Dateipfad in die Zwischenablage zu kopieren. Gehen Sie dann zur Angabe-Aufforderung. Fügen Sie den Pfad ein, drücken Sie die Eingabe-Taste. Der WSA wird installiert und anschließend wird eine Verknüpfung in Ihrem Startmenü angezeigt. Sie müssen nun Paket CDK-Plattform-Modul herunterladen. Gehen Sie dazu auf die entsprechende Seite, Link in der Beschreibung. Dann packen Sie das ZIP-Archiv in einen verliegenden Ordner. Klicken Sie dann auf Start. Klicken Sie auf die Registerkarte aller Apps. Öffnen Sie die WSA-Anwendung. Bewecken Sie den Schieberegler unter Entwicklungsmodus. Nun müssen Sie die Option Dateien öffnen. Öffnen Sie sie. Klicken Sie in dem Fenster, das sich öffnet, auf Weiter. Sie werden vor dem Verwahl dazu auffordert. Klicken Sie auf Zugriff zu lassen. Klicken Sie dann unter der Registerkarte IP-Adresse auf die Schaltfläche Aktualisieren. Und kopieren Sie es. Akten Sie auf die Adresse im Abschnitt der Wörlermode. Sie sollten die gleiche Adresse haben. Navigieren Sie dann zu dem Ordner, in dem Ihr CDK-Paket extrahiert wurde. Halten Sie die Umschalttaste, Shift gedrückt und klicken Sie mit der rechten Taste auf dem freien Platz im Ordner. Wählen Sie im Windows-Terminal öffnen. Führen Sie nun den Befehl aus und geben Sie die Adresse ein. Drücken Sie die Angabetaste. Geben Sie dann einen weiteren Befehl ein. Wie Sie sehen können, ist ADB verbunden. Anschließend müssen Sie sich im Google Play Shop anmelden, indem Sie die drei Befehle nacheinander ausführen. Malen Sie sich nun bei Ihrem Google-Konto an. Das war's. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsspiele und Anwendungen installieren. TikTok, Instagram, YouTube und so weiter. Wie Sie sehen können, funktioniert alles. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. Wenn Sie sich das Video auf diesem Kanal sehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombeangriffe der russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Untertüsten Sie die ukrainische Armee. Spannen Sie die Kosten für den Fonds komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017